Die Zutaten für unseren glutenfreien Schokokuchen sind Wasser, Butter, Kakaopulver, weißer und brauner Zucker, Milch, Eier, ich habe die Eier schon getrennt, hier ist Eiweiß, das Eigelb und Stärke. Wir starten damit, dass wir das Eigelb zusammen mit dem Zucker und dem Wasser schaumig aufschlagen und ich in der Zwischenzeit das Eiweiß mit einer Prise Salz schön steif schlage. Die Butter werde ich in der Zeit schmelzen. Die Butter haben wir jetzt gut eingearbeitet, jetzt geben wir unsere Stärke mit unter. Und zur Stärke kommt jetzt auch noch unser Kakao. Das heben wir vorsichtig in die Eigelbmasse rein und zum Schluss arbeiten wir jetzt noch die Milch unter. Aber auch das mit sehr viel Vorsicht. Das dauert ein bisschen. Und ihr stellt fest, es wird ein sehr, sehr flüssiger Teig werden. Jetzt wisst ihr auch, warum die Form wirklich dicht sein muss. Zum Schluss geben wir unser Eiweiß mit dazu. Auch das wie immer portionsweise. In dem Fall ist ja kein Backpulver drin, so wird das Eiweiß das einzige Treibmittel sein, das wir haben. Deswegen zerschlagt es nicht so arg. Schaut, dass da wirklich noch wirklich so Grundbestandteile stehen bleiben. Ihr seht, der flüssige Teig bekommt wirklich Stand dadurch. Noch ein Tipp, wenn ihr nicht sicher seid, ob eure Form wirklich dicht ist. Ich bin jetzt hergegangen und habe mir in diese Form ein doppeltes Backpapier gelegt. Also sprich, hier seht ihr das am Rand. Ich habe zwei gemacht, sodass die Ränder wirklich 100% dicht sind. Ich habe sie ausgebuttert am Rand und melliert und gebe meinen flüssigen Teig jetzt hier hinein. Den Backofen habe ich schon vorgeheizt auf 150 Grad und darin verschwindet der Teig jetzt für circa eine Stunde. Euer Kuchen ist jetzt eine gute Stunde gebacken. Er ist noch sehr, sehr weich. Ich habe es auch keinen Test gemacht mit dem Stäbchen. Ich nehme den jetzt so und stelle ihn jetzt wirklich zwei Stunden kalt. Wer mag, kann obendrauf jetzt Streusel machen oder kann Puderzucker drauf machen oder auch Kakao. Ich werde nachher Schoko-Abrieb drauf machen. Also ich werde hergeben mit dem Sparschäler und werde von der Kuvertüre einfach so ein paar Streifen abschneiden. Und später zeige ich euch dann den Anschnitt. Aber jetzt erst mal zwei Stunden kühl stellen. Und so sieht sie aus, wenn sie ausgekühlt ist. Ich habe sie noch richtig schön mit Schokoraspeln, circa 100 Gramm Vollmilch und Zartbitter bedeckt. Ihr könnt auch gerne Puderzucker nehmen, aber ich werde sie jetzt anschneiden. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Bildern. Wenn ihr mir noch nicht folgt, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo da lasst und über einen Daumen hoch oder auch wenn ihr das Video teilt. Wie gesagt, wenn ihr noch Rezeptdetails braucht, dann schaut bitte auf meinem Blog nach, den ich euch auch gerne unten verlinke. Bis dann, eure Silke.